hallo leute wie jeder durchschnittsmensch esse ich mittag und ihr könnt sehen dass dieses mittagessen dreckig ausging darum bin ich stolz dass ich diese vier tücher von kfc habe die gibt es gratis zur bestellung dazu kann was gratis ist auch wirklich toll sein wir gucken mal nach mal gucken was die tücher mir bringt wie gesagt so sehen sie jetzt aus jetzt die tücher benutzen tuch nummer eins jetzt tuch nummer zwei na gut hundertprozentig ist es nicht weg aber ihr müsst zugeben deutlich besser also ja kfc erfrischungstücher bestens weiterempfehlen